Zunächst einmal, warum drehst du dich selbst hoch und brauchst dann Zeit, um dich zu entspannen? Welchen Sinn hat es, sich aufzudrehen und dann wieder zu entspannen? Nun, als ein menschliches Wesen, weil der physische Körper gewisse Grenzen hat, was er tun kann und was nicht, brauchst du vielleicht manchmal eine Pause. Aber warum denkst du, dass es eine Auszeit ist? Es ist ein Teil der Wartung für die nächste Aktion, okay? Dieses Geschäft mit der Entspannung ist sehr populär geworden. Jeder spricht von Entspannung, Entgiftung und was auch immer. Zunächst einmal, warum bist du so giftig und dann willst du dich entgiften? Du isst falsch, du denkst falsch, deine Emotionen sind falsch und du hast dich vergiftet. Und jetzt willst du dich entgiften. Du drehst dich selber hoch und dann willst du dich entspannen. Dich hochzudrehen ist ein Verbrechen. Und entspannen. Wie viel Zeit und Energie braucht es, um sich zu entspannen und wie entspannt man sich? Ich weiß, welche Methoden die Leute anwenden, um sich zu entspannen. Nein, du musst dich nicht hochdrehen oder entspannen. Deshalb sage ich, warum deine Absicht wichtig ist. Wenn deine Absicht wirklich in deinem Herzen brennt, ist die Aktivität nicht beschwerlich. Aktivität wird niemals beschwerlich sein. Du wirst die Freude am Handeln kennen, weil es nicht beschwerlich ist. Es ist immer. Du suchst nach einer Gelegenheit. Du suchst nicht nach einer Gelegenheit, dich auszuruhen, sondern nach einer Gelegenheit, anzusein. Und wenn ich das Wort an verwende, lasst uns das so verstehen. Du bist am Leben. Das bedeutet, du bist an. Du bist aus. Du weißt, was das bedeutet. Nein, nein, wir wollen nicht, dass das sofort passiert. Daher, im Leben geht es darum, anzusein. Es wird eine Zeit kommen, um auszugehen. Danach kannst du nicht mehr anschalten. Es ist vorbei. Wenn es also an ist, denke nie an an und aus. Es ist an, an und an. Denn im Leben geht es darum, anzusein. Lass mich dich daran erinnern, alle von euch, dass viele von euch denken, wie viel sollte ich tun, wie viel sollte ich nicht tun. Schau, diese Fragen tauchen nur auf, wenn du nichts Sinnhaftes zu erfüllen hast. Eine Zielsetzung, die größer ist als du selbst. Wenn du das nicht in deinem Herzen trägst, dann gibt es immer die Berechnungen von, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Es gibt ein Sprichwort in Kanada. Selbst wenn jemand tot ist, müssen ihn vier Leute tragen. Dabei werden drei die Last tragen, einer wird nur so tun, als ob er mitmacht, okay? Er hält nicht wirklich seine Schulter hin. Er hält sich deswegen für schlau. Nein, er ist nicht schlau, er ist dumm, er verpasst die ganze Erfahrung des Lebens. Es gibt also kein An und Aus. Du bist an. Wenn du erschöpft bist, fällst du sowieso hin. Und du stehst wieder auf, wenn du erholt bist. In Ordnung? Plane also nicht all diese Entspannungspläne. Wenn du erschöpft bist, fällst du tot um. Und du wachst wieder auf, okay? Das ist, wie das Leben sein sollte. Das ist, wie das Leben sistemas. Das ist, wie das Leben dich alle be succumbieren. Entspannungsmelodie. Die letzte trolls sind in Ordnung.